moin moin leute mein name ist christian und es geht los mit dem spring einstellen erst mal ja mit crossfire diesmal mutanten mode mal wieder aber halt nur weil mir das einfach zu billig ist auf den anderen und so reinkommen ich die es da jetzt rumzulaufen und mich von hackern wahllos abknallen zu lassen also das im moment wieder total schlimm hier also war lange nicht mehr so schlimm wie jetzt so schnell rein jetzt sitzen wir wieder im loch und versuchen die gegner zu farben sozusagen ich muss noch unbedingt einen mutanten mag ich den wieder kaufen ich habe wieder abgelaufen Und meine Husten ist immer noch da. Boah, es geht jetzt nicht, meine Fresse. Seid ihr zu dumm. Ich nehm auf. Wie soll ich denn da ATF kommen? Ach, ich scheiße drauf. Ich schreibe jetzt nicht. So, erstmal schön hier abfahren, dass man keine Muni mehr hat. Bei zwei Stück ist das ein bisschen lau, aber also langweilig. Weil, kommen, gehen wieder. Weil wenn du da einen Lecker dabei hast, dann hast du das was ganz anderes. Aber jetzt ist da zum Beispiel Titan. Mal gucken. Na los, komm schon. Trau dich. Mit meiner vollen Nase versuche ich hier zu reden. Mit meinem Hustenscheiße. Komm schon. Boah. Nein. Ja, jetzt kommt doch ruhig die Granate zu nehmen. Na ja. 30 Sekunden noch. Aber ich glaub das halten wir nicht. Schieß doch erst wenn die kommen. Das ist doch Munitionverschwemmung. Das wollen die. Nee, nee, nee. Dafür hab ich mir die letzten 40 Schuss aufgehoben. Ja. Nicht, dass sie uns dann noch noch kriegen. So. 11 zu 0. In der ersten Runde. Das war super. Oder ist das shit. War das die zweite oder die erste? Ich weiß nicht. Ich glaub die erste für mich. Hm, ok. Jo, was ist dein Problem? Lass mal gucken. Wo die Party abgeht. Da geht die Party ab. Da geht's doch. Oh ja, Kascha. Wo ist noch fun? Hm. Oder lecker. Ja. 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 Jetzt holen wir uns auch noch. Da. Ja. 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 Hirte. Ahhhh. Der Tischler lasst mich nicht rein. Ach, dochน lies doch. Hallo. Nananana. Nananana. Ihr kommt hier nicht vorbei. Und du hast auch auf dich geschossen, ne? Kommt auch nicht mehr weg. Ihr seid alle MEIN! MEIN! Ich hab schon gedacht, sie wollen mich jetzt kicken. Schnell da rein, schnell da rein, schnell schnell schnell! Aber wenn man zu doof ist und gegen eine Wand rennt, Kollege. Ja, ist nix mehr jetzt hier. Jetzt block ich. Mann, schon wieder ich! Oh nein! Nein, ich darf nicht sterben! AHHHH! NEIN! 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 Ja, ich hab's überlebt! Da war noch einer! JA! Alter! Oh, zum Glück hab ich recht zurückgeklickt, ey! Scheiße! Fast hätten sie gewonnen! Ja, komm her! Du Lauch! Nee, nee, nee! Zuwählen konnte ich mir nicht, Kollege! Puh, alter! Da hab ich ja noch mal Glück gehabt! Ich hatte nur 1.000 Leben oder so! Nö, denkst du ich tausche? Jetzt muss man nämlich da weggeben, um seine Kackwaffe wieder zu kriegen! 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1... Boa, brauchen wir dich jetzt schon wieder zum Dritt weiteinander! Boa, brauchen wir den Hypo gekriegt! Boa! Ja-ja! Hmm! Fällst ja eh nicht langer durch, Kollege! Hat er dir jetzt Speedtech an, oder nicht? Ich hab's nicht genau gesehen... ähm, 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 dumm, die, da, da, keiner, da, ähm, dann mal gucken, hier, einer, ich begegne, gib mir mehr, Menschen, ich will sie alle töten, alle, sie müssen alle sterben, hey, wo sind jetzt die Viecher, hallo, hey, da war er, aber leider nicht gesehen, aber ich bin immer noch mit Abstand im Moment ein bisschen der Beste, ja, 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 ich hoffe, ich bleib auch der Beste, hey, why, kick me, oh, nicht in Clan-Shirt-Schreiben, hey, why, ähm, kick me, oh, ja, Leute, das war's für die Folge, die ganzen netten Leute von dem Spiel haben einen weiteren Hacker wie mich gekickt und ist alles, Crossfire ist bereit, nicht von Hackern, oh, einfach kurz strecken, wenn es euch gefallen hat, mich kicken zu sehen, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein zu einer weiteren Folge, let's play, Crossfire, ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und tschüss.